Es ist Wahnsinn, was wir in den letzten Stunden beim Bitcoin so miterlebt haben. Deswegen gucken wir uns hier mal die relevantesten Informationen an und sprechen über das, was in der nächsten Zeit bevorstehen wird. Und am Ende gibt es noch weitere Neuigkeiten, die du sicherlich so in dieser Form noch nicht mitbekommen hast. Damit starten wir natürlich direkt rein. Wir sehen uns allererstes sehr prägnant, einen Preis von ungefähr 58.200 US-Dollar. Hierbei ist natürlich wichtig, das ist der Preis zum Zeitpunkt der Aufnahme. Da kann es sich natürlich verändern und der macht natürlich überhaupt gar keinen Spaß. Wir hatten ein unglaublich vielversprechendes Wochenende, doch wir wissen eben auch, dass wir es erst einmal nicht hinbekommen haben, die andauernde Seitwärtsbewegung, die wir hier gerade auch gut sehen können, endlich hinter uns zu lassen. Die Stimmung ist mittlerweile sehr negativ und das führt letztendlich eben auch dazu, dass die meisten Indikatoren gerade keine positiven Signale abgeben. Und das sehen wir eben auch durch verschiedene Persönlichkeiten, die hier verschiedene Prognosen veröffentlichen, egal wo wir hinblicken. Es gibt einfach ein ziemlich negatives Bild, was uns letztendlich dazu bringt, darüber nachdenken zu können, was wir dann zum Beispiel in einer Situation tun könnten, wenn es tatsächlich zu einer Korrekturphase kommt und wir vielleicht sogar noch mal deutlich unter 58.000 US-Dollar fallen. Das ist nämlich gar nicht so unrealistisch und wird selbstverständlich dann die eine oder andere Chance mit sich bringen, wenn man die Perspektive dafür hat. Eines der wichtigsten Ereignisse, das die Märkte diese Woche beeinflussen kann, ist natürlich das jährliche Symposium der US-Notenbank in Jackson Hole. Und da wird eben auch Jerome Powell, der FAT-Chef, eine Rede halten. Und natürlich ist das hier das Thema schlechthin. Es führt alles zum 18. September 2024. Dort wird das nächste FOMC-Meeting stattfinden. Und je nachdem, wie nun hier die Signale bei dieser Symposium-Geschichte eben nach außen dringen, je nachdem, wie das dann eben auch wahrgenommen wird, dann können wir eben auch relativ gut abschätzen, ob es eben zu der möglichen Zinssenkung im September wirklich kommen wird. Und dann wissen wir eben auch, ob diese volatile Phase dann endlich beendet werden kann. In der Zwischenzeit gibt es aber trotzdem die Sorge, dass Bitcoin eben eine stärkere Abwärtsbewegung hinlegen wird, über die wir gerade schon gesprochen haben. Wir wissen aber eben auch, dass es unabhängig davon natürlich einige wichtige Daten gibt, die wir uns angucken sollten. Unter anderem nämlich auch Bitcoin-Miner, die eben zuletzt deutlich ihre Verkäufe reduziert haben, was allgemein eher als positives Zeichen gewertet werden kann. Also haben wir auf der einen Seite die negative Stimmung durch die Seitwärtsbewegung. Wir haben diese hohe Erwartungshaltung an die Federal Reserve, wenn es um das Thema Zinssenkung geht. Aber zum Beispiel Bitcoin-Miner, die entscheiden sich dazu, ihre Verkäufe deutlich zu drosseln, was eben eher als positives Zeichen gesehen wird, da sie anfangen, ihre Bitcoin-Bestände zu stabilisieren. Aber, und das ist natürlich das große Problem, wir wissen nicht, ob die Stimmung jetzt noch stärker kippen wird, ob es hier vielleicht den größeren und nächsten großen Abverkauf geben kann. All das wird sich sicherlich erst in den Tagen zeigen, wenn wir weitere Informationen regulatorischer, beziehungsweise in dem Fall zinspolitischer Natur haben. Und sobald es da natürlich Neuerungen gibt, werde ich dich selbstverständlich auf dem Laufenden halten. Trotzdem, und da kommen wir wieder zu dem Thema Korrektur, sollte man natürlich über die verschiedenen Szenarien nachdenken. Nehmen wir an, wir haben jetzt diese größere Korrektur, da macht es Sinn, sich über den ersten Link in der Videobeschreibung vorab anzumelden, sich direkt erst mal diese 10 Euro Willkommensbonus mitzunehmen oder, wenn du schon einen Account hast, einfach die Migration eben durchzuführen und dann auf Bitwavo aktiv zu sein. Hier kannst du nämlich alle möglichen Kryptowährungen kaufen und handeln. Auf die ersten 10.000 Euro Handelsvolumen musst du keine Gebühren zahlen. Das ist also richtig schön als Start. Und du hast eben auch unter anderem, wenn du über diesem Niveau liegst, nur extrem geringe Gebühren zwischen 0 und 0,25%. Also damit ist die Plattform hier deutlich günstiger als all das, was du aktuell wahrscheinlich nutzt. Das sind aber natürlich nicht die einzigen Informationen, die wir uns heute angucken. Nein, es geht natürlich weiter mit Bitcoin-Informationen, denn etwa drei Viertel aller im Umlauf befindlichen Bitcoin-Bestände wurden in den letzten sechs Monaten oder länger nicht mehr bewegt. So zeigen es hier ganz eindeutige On-Chain-Daten. Und diese Erkenntnisse stammeln eben unter anderem aus dieser HODL-Wave-Chart von Glassnode. Und diese Zahl stellt einen deutlichen Anstieg im Vergleich zu einer Woche zuvor dar, als die Glassnode-Daten noch zeigten, dass fast die Hälfte des Bitcoin-Angebots, also etwa 45%, seit mindestens sechs Monaten unverändert geblieben waren. Nun zeigt sich eben, dass etwa 74% der Bitcoin-Bestände dieses Jahr stationär geblieben sind, obwohl der Wert des Assets um 21% von seinem All-Time-Hire gefallen ist. Das haben wir ja sowieso in der letzten Zeit mitbekommen. Das bedeutet also, die meisten Investoren nehmen Bitcoin als Wertspeicher eben wahr und warten eben auch auf eine zukünftige Preissteigerung, die sie erwarten. Natürlich müssen wir dabei aber auch mit einkalkulieren, dass es sehr, sehr viele kurzfristige Bitcoin-Investoren gibt, ungefähr 80%, die hier gerade im Bereich des Verlustes unterwegs sind. Natürlich haben sie noch nicht realisiert. Das heißt, sie müssen noch nicht wirklich sich mit ihren Verlusten beschäftigen. Aber wenn sie heute in ihr Wallet gucken, dann ist es definitiv ein Wallet, das sehr, sehr rot ist, weil sie einfach zu sehr hohen Preisen in Bezug auf den Spotpreis usw. gekauft haben. Aktuell ist die Panik nicht wirklich verbreitet, aber wir wissen natürlich, dass sich das durchaus ändern kann, vor allem dann, wenn der Bitcoin-Preis noch mal ein bisschen stärker fällt. Und die Stimmung, die wird nicht unbedingt besser. Wenn wir uns nämlich den 4-Greed-Index angucken, dann wissen wir, dass wir aktuell einen Wert von 28 haben und damit weiterhin im Bereich 4 unterwegs sind. Also Angst scheint hier verbreitet zu sein und deswegen müssen wir uns ein bisschen gedulden beziehungsweise den Markt einfach kontinuierlich beobachten und dann eben die richtigen Schlüsse ziehen, würde ich sagen. Kommen wir an der Stelle noch zu den angekündigten Neuigkeiten, die du sicherlich so in der Form noch nicht mitbekommen hast. Unter anderem ist es nämlich so, dass wir hier eine stärkere Diversifizierung der Bitcoin-Miner wahrnehmen, einen Weg zu höheren Einnahmen. Das bedeutet, Bitcoin-Miner könnten bis 2027 ihr jährliches Einkommen um schätzungsweise 13,9 Milliarden US-Dollar steigern, indem sie einen Teil ihrer Energie für zum Beispiel künstliche Intelligenzen und Hochleistungsrechner eben bereitstellen. Und das ist die Erkenntnis von dem Investment-Unternehmen FunEgg. Angesichts der derzeit oft schwachen Bilanzenfehler meinigen Unternehmen, die durch hohe Schulden und geringe Rendite belastet sind, könnte diese Diversifizierung eine dringend benötigte Einnahmequelle darstellen. Denn einige Unternehmen wie zum Beispiel Core Scientific oder auch Hive Digital Technologies haben bereits angefangen, die ersten Verträge mit KI-Unternehmen abzuschließen, um eben langfristig sehr erhebliche Einnahmen darüber zu generieren. Und das klingt natürlich nach einer ziemlich nachhaltigen Geschichte. Dann haben wir mitbekommen, dass in Colorado hier ein Schritt gegangen worden ist, den man so nicht erwartet hat. Und zwar hat eine Kirche in Colorado nur die Blockchain-Technologie eingesetzt, um den Kauf ihres Gebäudes zu finanzieren. Unter der Leitung von dem Pastor hat nämlich die Gemeinde einen digitalen Token namens Stonecoin geschaffen, der auf der Polymesh-Blockchain läuft. Und dieser Token repräsentiert Anteile am Gebäude und soll Investoren anziehen, um die 2,5 Millionen US-Dollar für den Kauf zu sichern. Das Projekt ist eine super spannende Möglichkeit, um tatsächlich über die Blockchain-Technologie in verschiedenen Bereichen einfach finanzielle oder Finanzierungsprobleme zu lösen. Und sollte es dazu neue Informationen geben, werde ich dich selbstverständlich auch auf dem Laufenden halten. Und am Ende gibt es noch einen regulatorischen Part. Coinbase und KuCoin sind nämlich nun im Lizenzrennen in der Türkei. Es gibt nämlich immer mehr Entwicklungen dahingehend, dass also hier verschiedene Unternehmen sich positionieren. Und scheinbar ist es nun auch so, dass KuCoin und Coinbase Lizenzen hier beantragt haben. Das sehen wir dann hier unter anderem eben auch. Es gibt zwar immer noch unfassbar viel Unklarheit in Bezug auf die Gesetzeslage im Land, aber es scheint eben immer mehr Interesse zu geben, von diesen ganzen Unternehmen sich hier eben zu positionieren. Die strategische Bedeutung der Türkei ist also gerade in der globalen Kryptowelt deutlich am Steigen. Und auch das sollte man natürlich weiterhin mit beobachten. Also ich denke, zusammenfassend kann man sagen, dass wir beim Bitcoin gerade nicht aus dieser ekligen Seitwärtsbewegung herauskommen. Und das führt eben dazu, dass wir einige sehr, sehr negative Prognosen uns einmal angesehen haben. Dann ging es selbstverständlich weiter. Wir haben über wichtige Bitcoin-On-Chain-Daten gesprochen. Vor allem ging es dabei um langfristige Investoren. Dann ging es weiter. Wir haben uns selbstverständlich noch die Diversifizierung der Bitcoin-Miner angeguckt, welche Strategien sie umsetzen können, um sich langfristig besser zu positionieren. Dann ging es um Blockchain-Technologie im Dienste der Kirche. Dazu haben wir uns auch nochmal Informationen angeguckt. Und am Ende gab es noch die Krypto-Expansion in der Türkei. Auch hier gab es sehr, sehr spannende Updates. Gut, an der Stelle hoffe ich natürlich aber auch, dass dir dieses kurze und informative Video gefallen hat. Lass gerne noch schnell einen Daumen nach oben da und schreib einen Kommentar. Das würde mich unglaublich unterstützen. Ansonsten geht es natürlich auch morgen weiter mit dem nächsten spannenden Video. Ich freue mich auf dich. Hab noch einen wunderbaren Tag. Und dann sehen und hören wir uns morgen wieder. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.